Alle News zur Flutkatastrophe. Mehr als 150 Tote. Bürgermeister, Menschen leben mit Leichen in ihren Häusern. Mindestens 150 Menschen sind bei der Flutkatastrophe in Spanien zu Tode gekommen. 3.200 sind noch in ihren Autos, Bussen oder Lastwägen gefangen. Viele weitere werden vermisst. Unterdessen beginnt die Suche nach den Schuldigen. Alle News im Ticker. Mindestens 150 Tote. Bürgermeister lässt Supermarkt ausräumen, um Menschen zu versorgen. Freitag, 1. November 09.20. Nach den extremen Regenfällen in Spanien mit mindestens 150 Toten fehlt es an vielen Orten an Lebensmitteln, Wasser und Strom. Spaniens Regierung kündigte an, von Freitag an weitere 500 Soldaten in die betroffene Region zu entsenden, um die Logistik und die Verteilung von Hilfsgütern sicherzustellen. Wir mussten einen Supermarkt ausräumen, um Lebensmittel an die Bevölkerung zu verteilen, sagte der Bürgermeister des Orts Al-Fafar, Juan Ramón Azuara, dem Fernsehsender Apunt in der Provinz Valencia. In der Gemeinde mit 20.000 Einwohnern gäbe es noch Menschen, die mit Leichen in ihren Häusern lebten. Mehr als unthorste 200 Soldaten beteiligten sich bereits an den Rettungsarbeiten. Einwohner, freiwillige Helfer und Rettungsdienste schafften Schlamm, Schutt und weggespülte Autos von den Straßen. Die schweren Unwetter vom Dienstag hatten vor allem in der Mittelmeerregion Valencia gewütet. Allein in der gleichnamigen Provinz wurden 155 der bestätigten Todesopfer gemeldet. Auch andere bei Touristen beliebte Regionen am Mittelmeer, wie Andalusien und Murcia sowie Castilien-La Mancha im Landesinneren waren betroffen. Bürgermeister bittet um Hilfe. Menschen leben mit Leichen in ihren Häusern. 1920, Joao. Der Bürgermeister der Gemeinde Al-Fafar bei Valencia wendet sich mit einem dramatischen Appell an die Öffentlichkeit und bittet um Unterstützung für die 20.000 Einwohner des Ortes. Seit mehreren Tagen seien weder Feuerwehrautos noch Polizeikräfte vor Ort gewesen. Sie haben uns vergessen. Niemand kommt hierher. Es gibt Menschen, die mit Leichen in ihren Häusern leben. Das ist sehr traurig, äußerte Juan Ramon Azuara gegenüber dem Fernsehsender. Apunt. Der Bürgermeister berichtete weiterhin von schweren Plünderungen und beschrieb die Lage als extrem. Die Bewohner von Al-Fafar würden derzeit in Eigeninitiative versuchen, die ansässigen Straßen von Schlamm zu säubern. Bitte, wir bitten um Hilfe. Uns geht alles aus, appellierte er eindringlich. Das war nicht. Das war nicht.